Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu meinem neuesten Video. Erstmal bevor wir zum eigentlichen Thema dieses Videos kommen, zwei kleine Sachen. Eine Klarstellung. Diese Karte hier hinten, da haben mich auch schon viele Leute gefragt, was das für eine Karte sein soll. Diese Karte stammt aus der Witcher-Welt, für die, die es nicht wissen, ein sehr, sehr bekanntes Computerspiel. War aber ursprünglich ein Fantasy-Roman von einem polnischen Autor, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe. Aber ich denke mal, die meisten von euch kennen ja die Videospielreihe The Witcher. Also es ist eine Trilogie, Witcher 1, 2 und 3. Und das hier ist sozusagen die Welt, in der The Witcher spielt. Und noch eine andere Sache, will ich nur kurz mal Promo dafür machen. Und zwar, das Buch habe ich schon in meinem Interview, das ich mit Dr. Christopher Gohl gemacht habe, wurde das schon mal geschillt, wenn man das mal so sagen darf. Das Buch Qualitative Freiheit. So. Von Klaus Dirksheimer. Selbstbestimmung in weltbürgerlicher Verantwortung. Also würde ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr euch politisch bilden wollt. Habe ich auch einen linken Amazon-Link drunter, aber wäre natürlich toll, wenn ihr in eurer örtlichen Buchhandlung das Buch holen könntet. Also finde ich. Also ich finde halt, dass man regionale Leute oder eure Nachbarinnen und Nachbarn, die da einen Betrieb haben, auch unterstützen sollte. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und es ist ein Thema, das ich schon einmal angesprochen hatte, witzigerweise. Aber es tritt natürlich selbstverständlich immer wieder ein und jetzt haben wir ein ganz prominentes Beispiel und zwar von Amena Khan. Amena Khan ist eine britisch-muslimische Beauty-Bloggerin und die wurde von L'Oreal und dazu muss man sagen, L'Oreal ist der weltweit größte Kosmetikhersteller. Amena Khan wurde für eine Werbekampagne für L'Oreal für ein Shampoo, witzigerweise, davon kann man jetzt halten, was man will, eingeladen, dass sie da mitwirkt als Model. Und ich will jetzt nicht großartig darüber reden, ob das irgendwie Sinn macht oder was soll das und jetzt Islamisierung des Abendlandes oder so. Nee, nee, so geht es nicht. Das eigentliche Thema, was ich hier ansprechen will, ist so eine Art Ethnozentrismus. Für die, die es vielleicht nicht wissen, Ethnozentrismus ist so ein wissenschaftlich gebräuchlicher Begriff, gerade so in den Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, auch in der Soziologie, die die Voreingenommenheit eines Individuums gegenüber anderen Gruppen oder Individuen aus anderen Kulturen bezeichnen soll. Das heißt, durch meinen Ethnozentrismus, weil ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, habe halt nur die Perspektive abgekriegt, beurteile ich anhand meines Standards Leute aus einer anderen Gruppe. Aber was hat das jetzt mit dieser Sache zu tun, mit dieser L'Oreal-Kampagne und dieser Beauty-Bloggerin? Nun ja, ich will vorneweg nur mal sagen, ich habe dieses Thema schon ein bisschen angeschnitten in einem Video, das ich vor einer Ewigkeit gemacht habe. Und das hieß, prominente Muslimas gleich Konservativ-Fragezeichen. Und wie ihr vielleicht wisst, selbstverständlich, wenn ihr mich verfolgt, hatte eine kleine YouTuberin, die auch selber ein Kopftuch trägt, daraufhin ein Antwortvideo gemacht, mich kritisiert. Ich habe ja auch daraufhin auf diese Kritik reagiert und es mehr oder weniger widerlegt, was da gesagt wurde. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zu diesem theoretischen Teil und warum eigentlich oder was da eigentlich passiert ist. Und dazu muss ich erstmal erklären, was dann bei dieser L'Oreal-Geschichte mit Amena Khan eigentlich passiert ist. Wie ich schon gerade erwähnt habe, hat eine britische Beauty-Bloggerin, die Kopftuch trägt, vom größten Kosmetikhersteller eine Einladung für eine Werbekampagne für Shampoo bekommen. So, erstmal kann man ja denken, das ist ja toll, dass man sich für Diversität einsetzt. Das ist ja schön und gut. Okay. Was aber dann passiert ist, ist nicht mehr so witzig. Und zwar hat diese britische Beauty-Bloggerin, Amena Khan, wie soll man sagen, Israel-feindliche Tweets abgelassen in der Vergangenheit. Schauen wir uns die einfach mal an. Remember, the brutal murder of Palestinians had been occurring many years before the formation of Hamas. Israel's excuses are blatant lies. You repeatedly say nobody is above the law. Well, under international law, Israel is an illegal state. Yet you support them. Explain. Hashtag AskDavid. Und hier. Your children of Gaza peace was incredibly moving. Israel is a sinister state and the ones who suffer most are innocent children. Israel equals Pharaoa. Both are child murderers. Inshallah, the feet also waits the former. It's only a matter of time. Also wie ihr aus den Tweets sehen könnt, hält sie nicht besonders viel vom Staat Israel. Amena Khan hat diese Tweets auch gelöscht und auch eine Entschuldigung verfasst. Die lese ich auch mal kurz vor. I deeply regret the content of the Tweets I made in 2014. And sincerely apologize for the upset and hurt that they have caused. Championing diversity is one of my passions. I don't discriminate against anyone. I've chosen to delete them as they do not represent the message of harmony that I stand for. I recently took part in a campaign which excited me because I celebrated inclusivity. With deep regret I've decided to step down from this campaign because the current conversation surrounding it detracted from the positive and inclusive sentiment that it set out to deliver. Sie hat sich dafür entschuldigt und ist aus dieser Kampagne zurückgetreten. So, jetzt kann man das mal kurz so zusammenfassen. Ja, L'Oreal, größter Kosmetikhersteller, hat halt eine bekannte muslimische Bloggerin, die Kopftuch trägt, für eine Kampagne eingeladen. Und zwar auch für Shampoo, nicht für Make-up oder sowas, sondern wirklich für Shampoo, wo sich viele Leute auch vielleicht denken, so, ja, wie viel Sinn macht das und sowas. Aber mit der Message, hey, Leute, auch diese Frauen gehören zu uns, auch diese Leute repräsentieren einen Teil unserer Gesellschaft. Und das ist ja erstmal, okay, soweit haben sie gedacht. Warum habe ich jetzt diesen Ethnozentrismus, warum habe ich diesen Begriff jetzt am Anfang erwähnt? Dieser Begriff Ethnozentrismus wird meistens eigentlich dafür benutzt, dass bestimmte Individuen, die so eine Voreingenommenheit gegen bestimmten anderen Gruppen aus anderen Kulturen oder Ländern oder auch anderen Individuen haben, in einer negativen Art und Weise. Ja, die sind alle so, das sind alles Kriminelle und bla 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 und so weiter. Jetzt sehen wir aber, und das hatte ich ja auch in meinem ursprünglichen Video, also prominente Muslimas gleich konservativ, Fragezeichen, habe ich ja beschrieben, dass da so eine bestimmte Naivität vorherrscht. Dass man, dass viele Leute, das habe ich auch aus eigener Erfahrung gelernt an der Universität, dass sie diesen Ethnozentrismus kennen. Aber nur diese, sag ich mal, negative Konnotation, die damit einhergeht und dass sie halt denken, ja, das wird halt meistens von xenophoben Leuten benutzt, dass es halt in dieser Art gebraucht wird. Und ganz vergessen, dass dieser Ethnozentrismus auch so eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, Naivität zum Hervorschein bringen kann. Was meine ich damit? Und was hat das mit dieser Kampagne zu tun? Nun ja, jetzt haben wir diese Kampagne und ich denke mir mal, dass die Leute von L'Oreal, wie ich ja vorhin beschrieben hatte, erstmal dachten, ja, schön, Diversität, Inklusivität, das ist ja schön und gut. Aber dass sie vielleicht daran hätten denken können, dass so eine Frau oder so eine Person, die schon auch nach außen hin stark religiös auftritt, auch geopolitische, sag ich mal, nicht so konforme Meinungen mit liberalen Werten vertreten könnte, das haben sie komplett ausgeblendet. Also die hatten ja auch so eine Art Voreingenommenheit gegenüber bestimmten anderen Leuten aus anderen Gruppen, hier jetzt muss man ja auch sagen, einer muslimischen Gruppe und auch völlig ignoriert haben, gerade dieser Israel-Palästina-Konflikt, der von ganz vielen Muslimen, gerade desto konservativer, desto schlimmer, so eine ganz krasse negative Haltung gegenüber Israel haben. Aber das wurde halt komplett ausgeblendet, weil sie sich wahrscheinlich dachten, das ist jetzt meine Meinung, weil sie sich wahrscheinlich dachten, ja, das ist eine nette Person und die hat ja irgendwas von Diversität gesagt und Inklusivität, wird schon alles passen. Also ihr Ethnozentrismus durch ihre Voreingenommenheit gegenüber einer Person, also Amena Khan, einer bestimmten anderen Gruppe, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber ich denke mal schon, also einer muslimischen Gruppe, auch wenn sie aus Großbritannien kommt ursprünglich, die wird ja sozusagen für die gleichen Werte einstehen wie wir, ja, dass das alles in Ordnung ist, dass es da keine Probleme gibt, die ist ja so wie wir und völlig ignorieren, dass ganz viele Leute, und da können wir uns ja pure Research Statistiken angucken, werde ich alles in dem topgepinnten Kommentar auch einfach mal verlinken, falls ich da was Gutes dazu finde, was halt die Meinung der muslimischen Bevölkerung der jeweiligen Länder gegenüber Israel ist, dass diese Gruppen sehr, sehr stark politisiert sind. Und das ist das ganze Problem. Und dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also dieser Ethnozentrismus, der ist nicht nur auf xenophobe Leute anwendbar, sondern auch auf, ja, Leute, die es eigentlich gut meinen, die andere Leute in die Gesellschaft mehr oder weniger mit einbringen wollen, und gerade bei L'Oreal haben sie wahrscheinlich gut gemeint, ja, davon auch der Begriff, muss man auch so sagen, Gutmensch, die haben es gut gemeint, aber haben diese Voreingenommenheit gehabt, diesen Ethnozentrismus, und völlig ausgeblendet, dass das schon bestimmte Probleme mit sich haben könnte. Aber jetzt reicht es ja nicht nur, darüber zu schimpfen und mit dem Finger drauf zu zeigen, das Einzige, was da gegenüber hilft, ist einfach nur zu sagen, Leute, und das ist jetzt meine Meinung, Leute, wenn man eine abramitische Religion offen und stark vertritt, und das ist nicht immer so, selbstverständlich nicht immer, aber sehr, sehr oft kommt es halt zum Vorschein, dass diese Leute nicht unbedingt liberale, freiheitliche, tolerante Werte so gut es geht vertreten, wie wir hier in dem Beispiel sehen konnten von Amena Khan, selbstverständlich hat sie durch ihre Tätigkeit als Beauty-Bloggerin das ganz, ganz oft gepredigt, aber wenn wir uns mal die Tweets angucken, ja, könnt ihr auch gern zurückspulen, werde ich auch unten verlinken, wenn wir uns die Tweets mal angucken, dann ist es schon heftig, und da gibt es bei Israel auch ganz, ganz viel zu kritisieren, aber dass man im Staat eine Existenzberechtigung absagt, komplett, das ist schon eine sehr, sehr krasse Meinung, eine sehr, sehr antiliberale Meinung. Und wenn wir uns mal überlegen, von wer diese Aussage kommt, ja, das ist eine Beauty-Bloggerin, eine Beauty, das ist keine Politikerin, das ist auch keine Aktivistin oder sowas, sie ist eine Beauty-Bloggerin, ja, ich schwinge mich mal und bla und so, ganz toll, ja, Bibis Beauty Palace, keine Ahnung, mit, ja, Kopftuch. Und da müssen wir diesem Ethnozentrismus entgegentreten, dass wir nicht denken, ha, bloß weil ich nicht Xenophob bin, bin ich nicht mehr voreingenommen, selbstverständlich kannst du voreingenommen sein. Klar, weil der Mensch ist halt eben nicht darauf ausgelegt, dass er der Wahrheit am nächsten kommt, sondern, dass man sich vorstellt, die Wahrheit gepachtet zu haben, dass man sich, so sag ich mal, gut darin fühlt, wenn man denkt, man hat die Wahrheit gepachtet und dann bleibt man halt da drin. Ich bin kein Xenophober Mensch, also bin ich nicht mehr voreingenommen. Aber wichtig bei der ganzen Sache jetzt auch retrospektiv zu sehen, bei der Analyse dieser Sache, die da passiert ist, zwischen Amena Khan und L'Oreal in der öffentlichen Wahrnehmung, ist auch andere Sachen, die will ich ganz gern mal ansprechen. Bevor diese Tweets überhaupt rauskamen, gab es von bestimmten Leuten, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, aus welchem politischen Spektrum, gab es schon sehr, sehr viel Kritik, bevor diese Tweets überhaupt ans Licht kamen, bevor sie überhaupt publik gemacht wurden. Und zwar hier, ja, Untergang des Abendlands, und ihr geht und bla bla bla. Und da muss ich wirklich sagen, dagegen muss man vorgehen, gegen diese Leute, die gar nicht wollen, dass solche Leute, sag ich mal, repräsentiert werden, von einem großen Kosmetikunternehmen, aber das muss ja nicht L'Oreal unbedingt sein, sondern generell. Das ist ja schön, dass man die Vielfalt unseres Landes auch zeigt, dass sich vielleicht auch Gruppen, die es nicht so toll haben, und da geht es ja meistens, gerade bei Migranten, um soziale Unterschichten, die nicht so viel Kohle haben, die sich auch dadurch, dieser Integrationseffekt, sehr, sehr gehemmt wird, weil, wie ihr vielleicht alle wisst, spielt ja auch das Einkommen der Eltern ganz, ganz große Rolle, vor allem in Deutschland, des sozialen Wohlstand, des sozialen Erfolgs, und bei Migranten natürlich selbstverständlich der Integration. Migrantenfamilien mit höherem Einkommen, die sind generell viel, viel besser integriert als andere. Das sehen wir auch zum Beispiel im Raum Stuttgart, wo wir fast Vollbeschäftigung haben. Dort sind Migranten viel, viel besser integriert wie jetzt zum Beispiel in anderen Bundesländern, wo die Arbeitslosenquote unter Migranten viel, viel höher ist. Und da ist es ja eigentlich eine gute Message, zu versuchen, diese Leute in der breiten Masse zu repräsentieren, dass sie sagen, ihr seid ein Teil der Gesellschaft, dass sie sich auch da fühlen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, weil sie eben, und ganz wichtig, und das will ich betonen, weil sie das Gefühl haben, nicht ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Es kann verschiedene Gründe haben, darüber kann man selbstverständlich diskutieren. Aber gerade an diese rechten Leute, gerade an euch, ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass wenn man dauernd nur über eine ganze Gruppe kollektiv schimpft und dass sie sich nicht integrieren und bla bla bla, dass, so sag ich mal, so naiver, junger Migrant, wenn er das irgendwie hört, dass er sich halt dann nicht so wirklich als ein Teil dieser Gruppe seht. und dass ihr dann diese Integration erschweren könntet. Man kann viel daran kritisieren, selbstverständlich, aber dann nur mit dem Finger drauf zu zeigen und dauernd nur zu schimpfen, macht es es dann überhaupt besser. Aber was diese ganze Sache, also diese L'Oreal-Sache mit Amena Khan wieder mal gezeigt hat, ist, dass dieser Ethnozentrismus, diese Naivität, also diese Voreingenommenheit gepaart mit dieser Naivität ganz, ganz krass unter vielen Leuten verbreitet ist. Die es gut meinen, aber dann halt, wie gesagt, durch ihre Voreingenommenheit sehr, sehr viel, vielleicht, weil sie nicht wirklich gebildet sind oder nicht viel darüber wissen, gerade über bestimmte Migrantengruppen, gerade über religiöse Gruppen und gerade im Aspekt Islam kann man ja darüber sagen, was man will und was ich auch schon in meinen alten Videos prominente Muslimer gleich konservativ angesprochen habe und auch in meinem Antwortvideo zu Mörf, dass dieses Problem einfach vorherrscht und da müssen wir einfach angehen. Mehr darüber reden, offen darüber reden, aber dass halt ich gerade durch meinen Hintergrund, durch meinen Migrationshintergrund vielen Leuten klar machen kann, dass es da Probleme gibt, ohne dass man halt ein xenophober Mensch sein muss und dass man diesen Leuten die Angst nehmen kann, offen darüber zu reden und ich hoffe und das werden wir auch Ende dieser Woche sehen, da werde ich nämlich ein Video machen über dieses ganze Kika-Gate und da werde ich euch mal, versuch mal eine andere Perspektive zu geben, aber wie gesagt, kommt dann am Ende dieser Woche, das war's mit diesem Video, vielen Dank Leute, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr mich unterstützen wollt, selbstverständlich. Links sind unten in der Beschreibung zu meinem Patreon-Link, wenn ihr mich monatlich unterstützen wollt, mit coolen Belohnungen, darüber hinaus einen Paypal-Link oder auch meinen Amazon Affiliate-Link, wenn ihr darüber was einkauft, habt ihr keine Mehrkosten und ihr könnt mich unterstützen und dann nochmal qualitative Freiheit, holt es euch von Klaus Dirksmeier Dirksmeier und darüber hinaus noch einen kleinen Shoutout an einen kleinen YouTuber, muss ich vorneweg sagen, ist auch ein Patreon von mir, aber ich bin von seinem Content mehr als überzeugt, Pixel-Politiker, abonniert bitte seinen Kanal, sehr, sehr cooler Mensch, macht sehr, sehr tolle Videos, der ist gerade mal bei nicht mal tausend Abonnenten und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, die neuen Restriktionen von YouTube gegenüber kleineren YouTubern sind schon ein bisschen nervig und der hat nicht ganz so tausend Abonnenten und es wäre ganz toll, wenn ihr euch mal seine Videos anschaut und wenn sie euch gefallen und das werden sie euch auf jeden Fall, dann abonniert seinen Kanal, ganz, ganz toller Typ, also dann bis zum nächsten Mal, euer Sally. Euer Sally. Musik